So, wir sind bereit. Die letzten Vorbereitungen laufen auf unserer großen Bühne. Die Bühne ist bereit für eine richtig spannende Weihnachtshow 2014. Wir freuen uns, sind alle hochmotiviert und sind gespannt, was es geben wird. Also, bis gleich! Bist du aufgeregt? Ja. Warum? Ich freue mich halt. Freut ihr euch? Ja! Was passiert denn hier gleich? Ich bin super aufgeregt. Das sind eine Menge Leute hier, die hier sitzen. Und so ein Cajon-Solo, das ist auch nicht ohne. Das macht man nicht mal eben. Nikolas, wir werden es heute rocken, da bin ich mir ganz sicher. Machen wir! Ich bin super aufgeregt. 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 Ich hatte dann kurz vor Beginn jetzt nochmal meine Generalprobe, diesmal auch mit Glitzerjacke. Ich hatte mein komplettes Outfit, mein Michael Jackson Outfit jetzt endlich bekommen, zum Geburtstag nochmal. Und dementsprechend kommen wir das auch ein bisschen professioneller jetzt rüberbringen. Mit Licht und das glitzert ja und bei dem Licht glitzert das dann noch mehr. Also es war richtig cool, es hat mir super gefallen. Das ist der Hammer, was Thomas hier auf die Beine gestellt hat. Und er hat mir eben gesagt, 250 Schüler oder wie viele? Ich weiß es nicht. Wirklich, das ist bombastisch, was er da aufgebaut hat und Hammer. Wir sind die Kinder. Applaus shadow ab